Schöner Kopfschuss Oh oh, sie kommen durch Ich hab ihnen die Waffe aus der Hand geschossen Hat der Papa gesagt? Da ist einer hier drin Vor uns Ah, das ist der, der vorhin nicht schreiben wollte Sieht so aus Vielleicht kommen die von links und von oben Ich höre Stimmen von links Jetzt kommen sie von oben Ich gehe in die Ecke Oh, ab und mit ihr in die Ecke Kommt Bis der Henke da, wie ich sehe Sie sind schon da? Ja, er ist da Hallo Sag ich mal schön das Geld ein Schalalala Auch, nicht gut Du bist zu mir rennen, dann sterb ich Ja, ich versuch's Wo bist du? Oh nein Ah, befreien Ja, ja V-Partner Jetzt aber Jetzt aber Jetzt aber Jetzt aber Ich würde sagen, wir brauchen wieder Munition Schränke öffnen Schränke öffnen Hilft auch immer Kisten zerschlagen Los, mein Freund Ja, öffnen Lauf Wir sind hier ein wenig eingeengt, muss ich sagen Da ist einmal Munition für dich, rechts auf dem Tisch Und dann hier durchs Fenster Hier legt auch nochmal Munition Hier legt auch nochmal Munition Auf dem Boden Und Kräuter Hier ist nochmal MP-Munition Oh, oh Da kommt unser netter Kumpel Rausrennen, ist die Tür Renn doch, renn doch Vielleicht schaffen wir's diesmal Und... Salto Nein Nicht gut Ah, doch Danke Hey, wir haben's geschafft Der liegt am Boden Aua Das hat jetzt weh getan Aua Hier legt noch MP-Munition für dich Dieser blauer Munitionspack Wenn man das auch immer nennen mag Wie man das auch immer nennen mag Da liegt noch Pistol-Munition Aua hier ist noch mal mp munition und wir locken sie hier rum und dann schießen sie auf die fässer ja genau dann wenn welche kommen er braucht einfach zu lang jetzt verflogen kann man überhaupt mit einem Schraubchen fliegen das wäre ja was neu ist und das finde ich ja so schön dass die Leichen ja so schön verschwinden machen blub 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 und schon sind hier weg sonst würden ja später so viel rum liegen hinter dir Aua naa Ja, es geht weiter. Okay, und hier kommt unser Helikopter. Unser Rofl-Kopter. Rofl-Rofl-Rofl-Rofl-Rofl. Geht in Deckung. Und das hat Boom gemacht. Man sieht ihn hinter. Das nennt sich hinter. So, Bewertung angucken, mal sehen. Von der Präzision da war ich besser. Du spielst das Spiel auch schon länger als ich. Ich hab das nochmal mal kurz auf der PS3 angezockt vor, keine Ahnung. Vor ein paar Monaten. Aber wir sind genauso oft gestorben und wir haben genauso lange gebraucht. Naja gut, stimmt ja auch, wir spielen ja auch zusammen. Aber ansonsten, von den besiegten Gegnern her, haben wir beide S bekommen. Das heißt, wir haben die benötigte Anzahl besiegte Gegner erreicht. Oh, ausgezeichnet. Und was für eine Schwierigkeitsgrad haben wir? Normalen als Amateur. Wir haben normal. Normal, es gibt auch mit Hörer normal, Veteran und Profi. Und nein, ne, Moment, das war was anderes. Nein, das war, glaube ich, was du da gerade meinst. Und somit ist Kapitel 1.1 beendet. Und okay, gut. Man kann seine Waffen natürlich auch verbessern. Das weißt du? Ja, natürlich weiß ich das. Nein, hab ich gesehen. Was meinst du? Feuerkraft, Ladegeschwindigkeit oder Kapazität? Oder kritische Treffer? Ich würde sagen, Feuerkraft. Kritische Treffer, bei der Standardpistole, die man am Anfang hat, hilft ja, wenn ich mich nicht ihre Headshots zu verursachen. Also, damit der Kopf zusammen wegspringt oder wegspringt. Ja, ich würde sagen, am Anfang Feuerkraft. So, und jetzt pauschend. Kann man sich Munition auch kaufen? Munition kann man leider nicht kaufen. Naja, okay. Muss man sich immer im Spiel suchen, finden. Du kennst dich aus, du spielst. Also, dann... Sagen wir für den ersten Teil schon mal Tschüss und sehen uns im Kapitel 1.2 oder 1-2. Wieder. Genau. Bis dann. So, bis dann. Hm, Kekse. Oh, das hat er ja wieder. Äh, der letzte Resident Evil Teil, also Part 2, hier links. Und ein geheimnisvolles Let's Play. Uh, zu meiner Rechten. Uh, was wird das wohl sein? Uh, probiert es aus. Uh, geheimnisvoll. Uh, lovely. Uh, ko. Uh,お. Uh, who. Wir Stundenね, hier.